Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt und wer meinen Namen nicht kennt, ich bin Sebastian, ihr seid hier auf Tupac VR und hier gibt es immer alles rum nur das Thema VR und heute habe ich eine Einmeldung für euch, eine ganz kurze, aber das wollte ich kurz mit euch durchgehen. Es gibt Neuigkeiten zur PSVR 2 und da hat der YouTuber PSVR Without Parole hat von einem Entwicklertreffen berichtet, was es zwischen Sony und Entwicklern gab und ja, da wurden diverse Sachen bestätigt, noch mal eventuell auch Neuigkeiten dazu gelegt, sage ich mal und ja, es gab ja diverse Leaks von Auflösung und Controller, wie die aussehen und so weiter und so fort, da gab es ja auch Bilder dazu, aber ja, jetzt wurden noch mal ein paar Sachen bestätigt und darauf möchte ich mit euch mal kurz eingehen und schauen wir uns mal die Newsseite an, Mixed Air hat da eine kleine News zu rausgehauen und ja, hier steht es auch, der YouTuber PSVR Without Parole berichtet von einem von Sony organisierten PSVR Entwicklertreffen. Die Brille soll den Namen NGVR oder den Codenamen NGVR tragen, Next Gen VR und wenn wir uns die Sachen so ein bisschen anschauen, geht das schon in Richtung, ja, Next Gen VR, wie man sich das so vorstellt und zwar haben wir hier ein OLED Display verbaut, ein OLED HDR Display und HDR steht hier für High Dynamic Range und ja, das sind die Helligkeitsstufen, die das Display auch wirklich darstellen kann und das gibt es ja auch schon bei Fernsehern, da hat man ja kontrastreichere Bilder, Helligkeiten sehen besser aus, in dunklen Bereichen sieht es besser aus, so wie ich mich informiert habe und das ist natürlich klasse, dass das dann auch wirklich in einem VR Headset verbaut wird, also so sollte demnächst eigentlich jede VR Brille aussehen, denke ich mal, von den Specs her. Wir haben hier eine Auflösung von 2000 x 2040 Bildpunkten pro Auge, ja, sind dann natürlich dann, wie man so schön sagt, 4K und ja, wir haben einen Fresnel Schliff in den Linsen, es bietet 110 Grad Field of View, das sollen mehr sein als als bei der alten PSVR und 20 Grad mehr als bei der Oculus Quest und ein paar gerade mehr als bei der Wolf Index. Also ich habe bei der Wolf Index damals gemessen, 108 Grad horizontales Field of View und ja, das wird jetzt, kommt natürlich auch immer darauf an, was für eine Gesichtsform hat man, hat man eine Brille, wie nah kommt man an die Linsen und da spielen so viele Faktoren mit ein, von daher kann man nie sicher gehen, habe ich denn auch bei der PSVR dann diese 110 Grad, also damit, da muss man immer Abstriche machen, wenn man das perfekte Gesicht hat, die perfekten Augen, kann schön nah an die Linsen ran, dann wird man das natürlich erreichen, ansonsten wird es natürlich eher schwieriger. Das Ganze soll Fulfated Rendering bieten, das heißt flexible Auflösung, Skalierung und dafür braucht es natürlich auch Eye Tracking, weil ohne Eye Tracking könnte sowas dann nicht funktionieren, dass man flexibel, ja, Bildpunkte berechnet oder Bildpartien von Display sollen da so berechnet werden, dass wenn ich in die linke Ecke hoch gucke, dass auch links oben dann alles scharf gerendert wird von der Grafikkarte und der andere Bereich wird dann halt weniger hochauflösend skaliert und aufgelöst, das spart mega viel Grafikpower und das sollte auch eigentlich jedes Next-Gen-VR-Headset bieten und ja, hier haben sie halt eine Kombination, steht hier, vom Eye Tracking System und ein Renderverfahren anhand der Blickrichtung des Spielers rendern für zusätzliche VR-Performance. Also es ist halt Fulfated Rendering, nur dass die das hier dann flexibel Scaling Rendering nennen. Und dann soll eine Haptikeinheit in dem Brillengehäuse sitzen. Wie das Ganze aussehen soll, weiß man natürlich nicht, ob die dann nur wirklich hier ums Facepad ist oder ob die wirklich da links, rechts, oben, unten irgendwelche Vibrationsmotoren hat. Müssen wir abwarten. Hört sich aber erstmal cool an, besonders bei actiongeladenen Spielen, Boxen oder auch Shooter, wenn ich da irgendeinen Schuss abkriege, vielleicht sogar am Helm vorbei so Streifschüsse bekomme, dass man das merkt. Wir haben kapazitive Sensoren, wie bei den Valve Index Controllern, das heißt, meine Finger werden getrackt, wenn die in die Nähe von diesen kommen, ob ich auf- oder zumache, ob ich gerade meine Hand wirklich zumache oder ob ich da mit dem Finger irgendwo hinzeige. Das soll halt auch getrackt werden. Und hier steht dann halt, die Sensoren, die erfassen können, wie weit die Finger entfernt sind, werden nur Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger eingesetzt. Mehr braucht es eigentlich auch nicht. Also bei der Valve Index, finde ich, funktioniert es sowieso nicht so klasse. Ich verrutsche irgendwann während des Spiels immer ein bisschen mit den Fingern und dann werden diverse Finger dann nicht mehr getrackt. Und wenn wir wirklich die drei hier oder die sechs hier haben, die getrackt werden, ist doch wunderbar. Ich könnte dann irgendwo hinzeigen, ich kann so machen. Reicht mir vollkommen. Also mehr muss es eigentlich auch gar nicht sein. Und was jetzt neu ist, Sony will sich wirklich mit der PSVR 2 verstärkt auf AAA-Games fokussieren. Das heißt, es sollen nicht irgendwelche Indie-Games da produziert werden, wie wir das auf PC VR haben, sondern es soll wirklich High-End-Games produziert werden. Und ja, wir haben es gestern in der News-Sendung schon thematisiert. MOS 2 oder MOS Book 2 wäre so ein Titel, wo ich sage, das ist ein AAA-Game für VR-Titel. Und das wird PlayStation oder Sony auch dafür nutzen. Da bin ich mir sicher, dass das auch released wird, wenn die PSVR 2 rauskommt. Also das würde echt mega gut passen. Und das ist auch ein Spiel, ein Titel, was Leute anlockt, meiner Meinung nach. Und diese Spiele sollen nicht nur in VR spielbar sein, sondern sie sollen auch wirklich als Flat-Titel spielbar sein. Und das finde ich wiederum super. Denn ja, ich sage mal, Phosphophobia zeigt es eigentlich ganz gut. Wir können das Spiel schön per Flat am PC spielen, können es aber auch in der VR-Brille genießen. Also das funktioniert. Es gibt diverse Titel. Demio soll zum Beispiel auch bald als Flat spielbar sein. Und ja, darin meiner Meinung nach geht auch die Reise. Denn man kann ein Spiel wirklich so entwickeln, dass es für beide Plattformen gut spielbar ist, ohne dass man da Probleme hat. Und in diese Richtung will Sony auch gehen. Klar, man hat dann wirklich den Vorteil, Leute, die jetzt die PSVR 2 noch nicht haben, können das Spiel spielen. Die PSVR-Leute können das Spiel dann in VR erleben. Und ja, berichten dann auch darüber, wie cool das Ganze ist. Und ja, so hat man dann eventuell wieder ein paar Käufer mehr. Und ja, echt cool, dass es da in die Richtung geht. Das hier ist das Video von diesem PSVR Without Parole. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Das ist auch ein ganz kurzes Video von 3 Minuten 45 oder irgendwie sowas. Also ja, der berichtet darüber. Viele Sachen waren ja schon klar oder wurden geleakt. Klar war ja eigentlich noch gar nichts. Müssen wir halt mal abwarten, was die Zukunft noch bringt. Die wollen Anfang 2022 nochmals ein bisschen besser darüber berichten. Und eventuell dann gibt es vielleicht auch schon ein Release-Datum. Müssen wir mal abwarten, was da 2022 auf uns zukommt. Aber die PSVR 2 wird definitiv den Druck auf Facebook und Oculus erhöhen, meiner Meinung nach. Und das ist gut. Das kann nur für alle gut sein. Und wenn ich schon höre, die wollen wirklich in AAA-Games investieren und in diese Richtung gehen, kann es auch für PC-VR-User nur hilfreich sein. Denn ja, auch mit der neuen Schnittstelle OpenXR, was Sony dann auch irgendwann nutzen wird, wird es für die Entwickler dann auch einfacher sein, für die ganzen Plattformen da die Spiele zu entwickeln. Und ja, alles nur Vorteile. Und ja, wir können positiv in die VR-Zukunft schauen, meiner Meinung nach. Und ja, das mal ganz kurz als Eilmeldung reingehauen. Und ja, die Links sind alle unten in der Beschreibung. Könnt ihr euch gerne anschauen. Und ich würde auch gerne eure Meinung zu dem ganzen Thema hören oder lesen. Könnt ihr natürlich auch gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Was haltet ihr jetzt von den Neuigkeiten, von ja, von den technischen Specs, sage ich mal. Ja, da würde ich gerne eure Meinung hören. Also tippen, ne? Tippen oder mit dem Handy tippen. Rein in die Kommentare damit. Leute, wenn euch es gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über ein Like freuen. Abo-Button nicht vergessen. Dann ja, helft ihr mir, dass mein Kanal immer größer wird und somit mehr Reichweite bekommt. Kann nur positiv sein. Von daher würde ich mich natürlich darauf freuen. Okay, Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020